Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr auch bei meinem neuesten Video wieder mit dabei seid. Ich möchte euch heute meine Top 5 der besten Buchverfilmungen vorstellen. Auf Platz Nummer 5 hat es für mich die Edelstein-Triologie geschafft. Ich halte jetzt mal einfach stellvertretend den Saphir Blau hoch. In der Edelstein-Triologie geht es um Gwendoline und um Gideon. Die beiden sind Genträger. Gideon wird schon von Kindesbeinen auf daran trainiert, der Loge beizuwohnen und für die Loge zu arbeiten. Gwendoline weiß gar nichts von ihrem Glück, denn jeder denkt, dass ihre Cousine der Genträger der Familie ist. Als Genträger kann sie in der Zeit reisen und damit sie das kontrollieren kann, muss sie zur Loge fahren und dort am Chronographen ihr Blut einspeisen und mit diesem Chronographen kann sie dann auch bestimmen, wo und in welcher Zeitspanne sie landen wird. Und damit sie natürlich dann auch in den anderen Zeiten überlebt und nicht auffällt, gibt es tausend Kleider aus jeder Epoche. Sie muss die Tänze lernen, sie muss fechten lernen, sie muss lernen, wie man sich in dieser Zeit ausgedrückt hat und wie man sich verhalten hat, was sich für eine Dame nicht geschickt hat und was sie einfach beachten muss. Natürlich gibt es immer irgendwo einen Haken. Der böse Graf möchte nämlich, dass alle zwölf Edelsteine ihr Blut in den Chronographen einspeisen, damit er eine unendliche Macht erhält, damit er ewiges Leben erhält. Ein paar Edelsteine fehlen nämlich noch und genau diese sollen Gwendoline und Gideon aufspüren. Wie das Ganze dann natürlich ausgeht, müsst ihr selber lesen oder einfach die Filme schauen. Platz Nummer 4 belegt dieser gar nicht mal so leichte Schuber, die Tribute von Pan. Ich habe euch ja schon mal erzählt, welche besondere Empfindung ich bei dem Film habe, wie viele nette Menschen ich dadurch kennengelernt habe und was ich alles erlebt habe. Ich verlinke euch das Video gerne nochmal oben. Das war eines meiner ersten Videos. In Tribute von Pan geht es um die zwölf Distrikte, die jedes Jahr ein sogenanntes Hungerspiel veranstalten. Es wird dann aus jedem Distrikt ein Mann und eine Frau ausgewählt, die dann in den Hungerspielen sozusagen um Leben und Tod kämpfen, denn es kann am Ende nur einer überleben. In diesem Jahr ist Katniss kleine Schwester zum ersten Mal dabei und natürlich wird ihr Name ausgelost. Katniss meldet sich dann freiwillig, um ihren Platz einzunehmen und wenn das Kapitol wüsste, was sie sich da mit ihr eingebrockt haben, dann hätten sie es nicht zugelassen. Katniss ist nämlich so ein richtiger Fighter und sie möchte dem Kapitol eins zurückgeben. Sie lässt sich nichts gefallen. Sie ist so richtig tough und so eine richtige Powerfrau. Sie verbündet sich bei den Hungerspielen dann mit ein, zwei Leuten und das eine, das hat mir das Herz gebrochen. Das war die kleine Rue. Die stirbt dann irgendwann, leider Gottes doch und sie legt sie auf ein Blumenmeer und gibt ihr so eine richtig schöne Beerdigung, Verabschiedung und das ist sozusagen für mich der Startpunkt gewesen, wo das Ganze ein bisschen gekippt ist, wo das Land plötzlich aufgeatmet hat, gesehen hat, was sie für einen Mensch aus dem anderen Distrikt, den sie eigentlich töten sollte, damit sie überleben kann, einfach macht. Das war so wie so ein Wachrütteln. In jedem Distrikt ist auf einmal irgendwo einer aufgestanden und hat für seine Rechte gekämpft und gegen das Ende der Hungerspiele. Katniss ist sozusagen so der Vorreiter gewesen, endlich das Kapitol zu stürzen, endlich sich aufzulehnen, endlich mal Gas zu geben und sich nicht mehr alles einfach gefallen zu lassen. Die Filme zeigen einfach, dass selbst ein kleines Mädchen aus einem ärmlichen Land oder ärmlichen Distrikt in diesem Fall einfach die Welt verändern kann und einfach mal die Leute animieren kann. Lehnt euch auf, lasst euch nicht alles gefallen. Wir sind Menschen, wir haben auch Gefühle, wir haben Bedürfnisse, wir haben Rechte und das hat Katniss definitiv geschafft. Für Platz Nummer 3 halte ich jetzt einfach mal stellvertretend den Hobbit hoch. Ich spreche nämlich von der Herr-der-Ringe-Triologie bzw. auch von der Hobbit-Triologie. Was dieser Film für mich bedeutet, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Tolkien hat so eine grandiose Welt erschaffen, die wirklich so kaum vergleichbar irgendwo in Büchern oder Filmen zu finden ist. Die Charaktere sind einfach so markant und wachsen einem so ins Herz, auch wenn ich persönlich immer sage, Sam ist der wahre Held der Geschichte, weil Frodo einfach ein weinerliches Kleinkind ist, der immer nur am rummosern und am rumpienzen und am rumnerven ist. Aber das ist nur meine Meinung. Offiziell ist Frodo natürlich der Held der Geschichte oder beim Hobbit eben Bilbo, wobei mir Bilbo echt auch besser gefällt als Frodo. Das ist auch wieder so ein Buch, das zeigt, dass selbst die kleinste Person wie die Hobbits nun mal sind. Einfach die Welt verändern kann, die Welt retten kann, die Welt zu einem besseren Ort machen kann. Außerdem ist die Filmmusik von Herr der Ringe einfach unangefochten bei mir auf Nummer 1. Die Musik ist so genial. Ich habe mir auch bei Spotify diverse Playlisten aufgestellt zum Autofahren, zum Hausarbeit machen und so weiter. Und auf jeder Playlist ist irgendwo mindestens ein Lied von Herr der Ringe drauf. Das Einzige, was mich so ein bisschen an den Büchern gestört hat, war halt diese seitenlange Landschaftsbeschreibung. Ich denke, das hätte man auch in weniger Worten hingekriegt, aber im Film wurde das auch so genial umgesetzt. Das Auenland. Als ich zum ersten Mal die Filme gesehen habe, ich wollte unbedingt wissen, wo dieses Auenland ist und habe gesagt, irgendwann in meinem Leben fahre ich dorthin, wo das gedreht wurde und schaue mir das Auenland in live an. Das steht sowieso schon ewig auf meiner To-Do-Liste, irgendwann nach Neuseeland zu fahren und die große Herr der Ringe Hobbit-Tour mitzumachen. Also ein wohlverdienter Platz 3. Aber jetzt denkt ihr, wenn ich schon so davon schwärme, was kann dann noch auf Platz 2 und 1 kommen? Ich verrate es euch. Kommen wir zu Platz 2 und ich halte stellvertretend den sechsten Band in die Höhe. Ich rede von den Chroniken der Unterwelt. Der hier ist jetzt noch eingeschweißt. Das hat einfach den Grund, dass ich meinen sechsten Band irgendjemandem ausgeliehen habe und jeden, den ich frage, der hat ihn nicht. Also ich habe keine Ahnung, wo mein sechster Band rumkreucht und fleucht. Und was macht man dann als zwanghafter Mensch und Bücherwurm? Man bestellten sich einfach neu und stellten zu den anderen ins Regal, damit die Lücke gefüllt ist. Aber jetzt mal so viel zu meinen Zwängen. Kommen wir zu der Chroniken der Unterwelt-Reihe. Ich habe euch ja in den letzten beiden Lesemonaten schon ein bisschen was zu der Reihe erzählt, weil ich die gerade am re-readen bin. Ich bin jetzt gerade mit dem vierten Band fertig und hoffe, dass ich diesen Monat noch den fünften beenden kann. Ganz sicher bin ich mir natürlich nicht, ob ich das schaffe, weil ich nämlich nächste Woche noch auf die Magic-Con mit meinen Mädels fahre. Das ist ja so eine Fantasy-Convention. Aber das ist ja ein anderes Thema. Kommen wir wieder zum Thema des Buches oder des Filmes oder der Serie. In der Serie und im Buch und dem Film geht es um Clary Frey. Sie denkt, sie ist ein ganz normales Mädchen, bis sie auf einmal durch ihre Mutter erfährt, dass sie ein Schattenjäger ist. Schattenjäger werden von ihren Kindesbeinen an darauf trainiert, gegen Dämonen zu kämpfen und das Böse der Welt zu besiegen. Und Clary wird da einfach völlig ins kalte Wasser geworfen. Sie findet Dinge raus, die sie sich schon ihr ganzes Leben gefragt hat. Auf einmal wird ihr bester Freund ein Vampir. Ihre besten Freunde sind Wehrwölfe, Vampire, Schattenjäger. Auf einmal ist nichts mehr so, wie es war. Und natürlich gibt es wie in jedem Buch auch einen Bösewicht. Der ist zu Anfang Claries Vater, von dem sie dann auch erst erfährt, dass er ihr Vater ist. Und im späteren Verlauf der Reihe kommen noch die ein oder anderen neuen Bösewichte. Die Bücher habe ich damals echt extrem gesuchtet. Dann kam irgendwann der Film. Den habe ich, glaube ich, ungefähr zu einem Viertel geschaut. Ich habe mir gedacht, nein, das kannst du dir nicht weiter anschauen. Die Bücher wurden in diesem Film so verhunzt. Also das ist jetzt nur meine Meinung. Wenn ihr den Film gut fandet, dann freue ich mich für euch, dass ihr ihn gut fandet. Aber ich fand die Darsteller echt schlecht ausgewählt. Clary ging noch. Aber Chase, ich habe den Schauspieler gesehen und habe gesagt, das Star ist nicht Chase. Chase stelle ich mir ganz, ganz anders vor. Und der Schauspieler, der sah irgendwie aus, als wäre er kurz vorm Hungertod. Jetzt mal ohne Witz, hat der Junge nichts gegessen oder was? Auf jeden Fall musste ich nach einem Viertel des Films das Ganze ausmachen. Ich konnte mir das nicht anschauen. Und dann kam irgendwann die Serie und die habe ich echt gesuchtet. Die ganzen Darsteller, die waren richtig gut getroffen. Ich habe Chase absolut gefeiert. Chase ist auch mein Number One Book Boyfriend for life, wenn ich das jetzt mal so betiteln könnte, sollte, müsste. Clary ist einfach super sympathisch. Ich liebe Alec, ich liebe Magnus, ich liebe Izzy. Also wirklich ein Buch voller Charaktere, die einfach nur zum Verlieben sind. Und wenn ich es euch empfehlen sollte, jetzt versagt meine Stimme vor lauter Schwärmen. Wenn ich es euch empfehlen sollte, vergesst den Film, schaut euch die Serie an. Es ist Weltklasse. Wer mich kennt, weiß, dass ich mit den Büchern quasi verheiratet bin. Ich halte euch jetzt einfach mal meine absolute Favorite-Sonderausgabe von der Hufflepuff Edition des Philosophers Stone in die Kamera. Einfach nur, weil ich sie liebe. Vor allem wegen diesem wunder, wunder, wunderschönen Buchschnitt. Das ist mein absolutes Lieblingsbuch in meiner ganzen Sammlung. Für die 2% der Weltbevölkerung, die Harry Potter nicht kennen. Harry Potter ist ein kleiner Junge. Irgendwann kommt Lord Voldemort und greift seine Familie an. Und er benutzt dazu einen mächtigen Tötungsfluch, Tötungszauber, der eigentlich immer alle direkt sofort tötet. Aber seltsamerweise überlebt Harry. Seine Eltern sterben dabei und deshalb wird er bei seiner Tante und seinem Onkel aufwachsen, die keine Zauberer sind und ihn das auch tagtäglich spüren lassen. Irgendwann bekommt er dann seinen Brief von Hogwarts. Das ist die Schule für Zauberei und dort soll er dann zum Zauberer ausgebildet werden. Harry Potter ist einfach mein Leben. Wenn ich ein Buch titulieren müsste, das niemals auf dieser Welt verschwinden darf, dann ist es Harry Potter. Ich habe damals zu meinem Geburtstag Band 1 bekommen, beziehungsweise meine Schwester und ich haben den zusammen bekommen, weil man als Zwillinge ja alles teilen soll. Ging natürlich nicht gut. Deshalb haben wir zu Weihnachten dann jeweils ich Band 2 und sie Band 3 bekommen, damit wir dann danach tauschen können. Ist schon eine viel bessere Lösung gewesen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war, weil ich mein neues Buch beim DRL-Mann in Empfang nehmen musste. Probleme eines Lesers. Was definitiv zu erwähnen ist, es ist grandios, was J.K. Rowling für eine Geschichte erfunden hat. Mit so vielen Hintergründen, mit so vielen Dingen, die einfach irgendwo zusammengehören. Da taucht im sechsten Band etwas auf, was man im ersten Band gesehen hat und da denkt man sich, da hat die ernsthaft schon beim Schreiben genau gewusst, dass ich das in Band 1 jetzt schreiben muss, um es dann später in Band 6 wieder aufzugreifen. Also da geht die Geschichte so völlig ineinander und am Schluss hast du wirklich das Gefühl, das ist komplett durchdacht. Was natürlich auch noch zu erwähnen ist, genau wie bei Herr der Ringe, ist die grandiose Filmmusik. Also wenn ich nur diese Hogwarts-Melodie höre, da kriege ich sowas von Gänsehaut. Das ist einfach genial. Diese Woche habe ich auch den Filmtrailer zu Fantastic Beasts 2 gesehen. Der ist noch keine fünf Sekunden gelaufen. Da war mein ganzer Körper voller Gänsehaut, einfach nur durch diese Melodien. Natürlich wurden ein paar Szenen aus den Büchern gestrichen, aber das hat dem Ganzen gar keinen Abbruch getan. Die Geschichte wurde in den Filmen so gut wiedergegeben und die verschiedenen Charaktere, die sind einfach nur zum Verlieben. Mein absoluter Favorite ist, wie ihr wisst, Luna. Ich liebe Luna abgöttisch und auch die Besetzung. Die hat die Rolle so gut verkörpert und sie ist einfach so süß. Ich liebe sie einfach. Ich könnte mir Harry Potter ohne Luna gar nicht vorstellen. Oder dann Ron, der immer verpeilt und verfressen ist. Der geht direkt ins Herz. Hermine, obwohl sie so ein Streber ist und so ein Klugscheißer. Sie ist einfach grandios und ich liebe Hermine und Harry und Hagrid und Dumbledore und Dobby. Ich liebe Dobby. Ich liebe Dobby. Also die Charaktere sind einfach Weltklasse und ich wüsste wirklich nicht, was ich in meinem Leben gemacht hätte, wenn es Harry Potter nicht gäbe. So ihr Lieben, das war meine Top 5 der besten Buchverfilmungen aller Zeiten. Natürlich gibt es auch super schöne Einzelbände, von denen die Filme auch einfach so grandios waren. Aber ich hab gedacht, ich mach jetzt einfach mal nur ein reines Reihenvideo. Gerade weil ich in den letzten Monaten auch sehr, sehr viele Reihenbücher gelesen habe. Wie ihr im letzten Lesemonat gesehen habt, im Februar habe ich ja wirklich komplett nur Bücher aus Reihen gelesen. Wenn ihr möchtet, kann ich euch natürlich auch noch ein Video abdrehen meiner Top 5 Buchverfilmungen aus Einzelbänden. Wenn ihr das wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Ich bin Julia. Ihr findet mich natürlich auch auf Instagram und Facebook und Co. Da dürft ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Restsonntag. Macht's gut und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!